Olysses ist ein experimenteller Roman des irischen Schriftstellers James Joyce, der 1922 veröffentlicht wurde. Es gilt als eines der bedeutendsten Werke der modernen Literatur und als Meilenstein in der literarischen Entwicklung des 20. Jahrhunderts. Der Roman spielt am 16. Juni 1904 und erzählt die Geschichte von Leopold Bloom, einem jüdisch-irischen Werbetexter, und Stephen Daedalus, einem jungen irischen Schriftsteller, während sie durch die Straßen von Dublin wandern. Der Handlungsverlauf ist inspiriert von Homer's Epos, Die Odyssee, wobei Bloom als moderne Version des Odysseus und Daedalus als Telemachos fungiert. Die Handlung ist in insgesamt 18 Episoden unterteilt, die verschiedene Aspekte des Tages und der Charaktere beleuchten. Jede Episode hat einen eigenen Stil und thematische Schwerpunkte. In einer der ersten Episoden etwa offenbart Daedalus seine komplexe Gedankenwelt in einer Diskussion über Shakespeare. Später gerät Brüm in eine politische, satirisch und in Form eines Theaterstücks dargestellte Diskussion in einem Pub. Der Roman ist für seine innovative Erzähltechnik bekannt. Es gibt keinen traditionellen Handlungsverlauf, sondern eine Fülle von Gedanken, Erinnerungen und Assoziationen der Charaktere. Die Sprache ist vielfältig und reicht von alltäglicher Umgangssprache bis hin zu poetischer Prosa. Olysses ist ein Werk voller kultureller Anspielungen. Wortspiele und literarische Experimente Es widmet sich einer Vielzahl von Themen, darunter Identität, Geschichte, Sexualität und Religion. Das Buch beleuchtet das Leben und die Gedanken der Charaktere in all ihren Facetten und bietet ein detailliertes Porträt von Dublin und der irischen Gesellschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Obwohl Olysses bei seiner Veröffentlichung aufgrund seiner kontroversen und herausfordernden Natur auf Ablehnung stieß, hat es im Laufe der Zeit einen bedeutenden Einfluss auf die moderne Literatur ausgeübt. Es wird oft als eines der anspruchsvollsten und komplexesten Werke der Literaturgeschichte betrachtet und zieht bis heute Leser in seinen Bann. Vielen Dank.